ich sollte mal wünschen also habe ich gemischt das scheint in zu sein also ich glaube wir haben es mal angespielt ich bringe ich mich in der ersten runde rektor und da kannst du zeigen was du kannst ja wenn ihr das macht ich bin mal mit dem kevin zusammen ihr seid doch immer zusammen mein traum ist geworden ihr wisst wie es funktioniert ein team sind die kleinen wie sie es die müssen entkommen die anderen sind die monstertrag sie müssen dieses überformen cool dann los geht es auch da mal ist wie man so mal Oh, wie scheiße Leko komme ich nicht von dem Ding nicht zurecht. Und die Guntower ist operational. Hey, nein, du übernimmst doch das Geschütz, dann ist doch dein Auto weggelaubt. Ja, nee, nee, das bleibt stehen. Aua. Oh, ich hätte einen Tast gehabt, hätte die Tore sich mal unter Kontrolle. Kevin, in andere Richtung, zurück. Haha, ich bin wieder da hinten. Oh, das ist wirklich. Ja, das ist ja okay. Ich sag mir, mit dem Chef, komm ich nicht zurück, mit dem Chef, komm ich nicht zurecht. Oh, das war knapp. Du wirst du denn? Kev hat die Technik nicht so raus. Ne, ne, irgendwie ist auch genau so ein bisschen der Wurm drin. Bei dir ist immer der Wurm drin. Ja, ich bin der falsche Kevin. Ich weiß. Er will aber lieber mit dir kuscheln. Ja, ich weiß. Kevin, nimm die andere Seite. Bremsevoll ist passiert. Nischt. Man. Alles gut. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße jetzt gerade. Ganz ruhig. Ja, dann lassen wir das halt in Zukunft machen gar nicht lecker. Habe ich nicht behauptet, oder? Ja, aber das ständige ist irgendwann echt nervig. Jawoll, schaffen. Kevin mit Ersteuerung muss sich irgendwann auseinandersetzen. Ist halt mit dem Ding, kam ich einfach nicht zurecht. Alles gut, das war jetzt so die eine Runde. Also zumindest das. Ne, es gibt mehr Runden, Kevin. Aber in Rico, du hast nur ein bisschen einfach gemacht, ne? Hallo? Na, das ist gerade kein Wort, weil ich ein bisschen angemacht habe. Ja, dann entschuldige dich bitte. Ja, sorry. Eine ordentliche Entschuldigung. Markus, das war auch nicht schlecht. Ne, also mein Mekro war gestimmt. Ich hab Tick schon gesucht. Äh, ja, ne, keine Ahnung. Sagen wir mal auf gut Deutsch, mein Controller war der. Ich hab da heute früh geschrieben, sind die Controller alle geladen. Ja, ich hab heute die ganze Nacht gezockt. Mit jemanden. Cool. Dann vergesse ich halt, wenn ich ins Bett gehe, meine Ladekabeln zu stecken. Ja, ich hab mal zu kommen. Ich hab's auf der Seite weiter. Morgens noch da? Ja. Alles so. Also hast du auch noch Spaß? Ich hab Spaß. Ich hab Spaß. Ich hab Spaß. Ja. 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 Ich weiß gerade nicht, was ich gemacht habe, ne? Bist du von oben runtergesprungen? Nein, nicht ganz. Bist du da in der Tonne gelandet oder in die Tonne gefangen? Mensch. Ich habe nur gestanden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Tut mir leid. Ja, bitte. Gebietsüberschreitung, ja. Tut mir leid, Herr Wett. Nö, als das ist jetzt... Aber du bist bestimmt in so eine Stachel-Dings dran gefahren oder sowas. Nee, ich fand es. Oder weil du gestanden hast, verweichert zu fahren. Können auch sein, dass dann so ein Dings anfängt, so ein... Herzhaft. Herzhaft. Ich wollte gerade die Geschütze übernehmen und bin dann rausgedrückt worden. Das heißt, du kannst die Geschütze gar nicht übernehmen. Doch, du kannst sie übernehmen. Und angreifbar ist. Habe ich vorhin gesagt. Das ist richtig. Weil das Problem ist, wenn du zu 10 oder zu 12... Ich habe doch schon verstanden, aber das Problem ist einfach, das kann... Ich wusste nicht, dass man da raus trotzdem rausgedrückt wird und kann... Was ist denn angreifbar, Kev? Was verstehst du denn unter angreifbar? Ist okay, alles gut. War einfach blöd jetzt und weiter. Ach komm, nächste Runde steht 1-1. Jetzt auch mal wieder die kleinen Autos. Warum ich aber gerade explodiert bin, weiß ich selber nicht. Das ist mir gerade recht. Keine Ahnung. Ich glaube, du darfst nicht stehen bleiben oder so. Das ist ja unlogisch, dass du nicht stehen bleiben darfst. Nein, aber ich muss noch sagen, Markus, das ist eine schöne Abwechslung. Hast du gut gemacht. Das braucht eine Komponenz. Du redest aber jetzt vom Spielmodus und nicht vom Penis, oder? Oh, Alter. Alter! Nee, ich rede wo, bist du vom Spielmodus, der ist gut. Das hat mir lange nicht mehr auf. Genauso, darum bin ich auch explodiert, Enrico. Oh! Was? Ach, Alter. Ja, weil er fällt genau auf sich zu. Da war ich noch ganz kurz was fragen. Wie kann ich denn hinten diese Granaten abwerfen? Das ist nicht, wie der aufgemacht wird. Ach, da sind Minen. Da oben sind Minen drauf. So, die roten Dinger. Nein, da haben wir davon gesetzlich. Das hatte aber Kämpfer und auch gesagt, dass du vielleicht in so ein Stachelding gefahren bist. Das sind diese roten Dinger da, diese roten Boden, das sind Minen. Nein, da war. Ja, weil, keiner weniger. Schuld, jetzt haben wir noch nicht den Zweigen. Nö, es kommt kein Wind. Warte, ich muss noch ein bisschen wenden, ich habe es immer nie so rausbekommen, aber... Aber das ist genau das jetzt gerade erstattet, ich hatte den Geschütz, der war ziemlich angeschlagen. Markus hat es doch schon dreimal erklärt. Nee, alles gut. Ich habe es doch verstanden, ich habe gerade nur erklärt, wie... Ja, wir wissen das alle. Alles gut. Alter, der eine Container, der da nur zum Viertel rausguckt aus dem Boden ist, sieht wie es. Der hier. Da kannst du bestimmt schnell mal hängen bleiben. Ach, klar. Der ist doch in der Beschützung. Nee, ist er nicht. Ach so, der ist online, alles klar. Nee, alles gut. Der fahrt er durch die Gegend, munter, lustig, ruhig. Ja, ich dachte jetzt, wer hat er den Geschütz genommen genommen, der ist doch wieder verfügbar. Ah, schade. Das war knapp. Ah! Der flinke kleine Markus. Jetzt haben wir euch. Jawohl, endlich. Das Problem ist, dass die Dinger vorne so schwer sind und deswegen kriegst du sie nicht so leicht gehandelt, schätze ich mal. Keine Ahnung. 2, 1. Gut, jetzt probiere ich mal nie zu explodieren, dass der arme Kevin alleine ist. Der kriegt nur wieder Depressionen, weil er wieder Albträume, dann kann ich ihn nie wieder trösten. Ja. Ach, alles gut. Hat sich Dings eigentlich mal gemeldet? Nee, ne? Nö. Nö. Das verstehe ich halt einfach nicht. Ah ja, tatsächlich so. Und was? Wenn ich Sven jetzt komme, lass mich doch mal auch mal drauf. Und nicht immer nur... Aber ich bin eh leid. Mach keinen Scheiß. Und was? Sollen? Die haben sich verbraucht. Die haben sich verbraucht. Die haben sich verbraucht. Hilfe, ich hätte gestiegen. Und ich habe auch ziemlich erwischt. Ich bin auch fast... fast durch. Das war's. Also ich habe gesagt, ich habe auch kaum noch was... Das war's. Wie gesagt, als ich in diesem Scheiß Ding dahin geblieben bin, ist es vorbei. Nee, bei mir war da einfach nur auf dem Dach. Der ist länger so drauf steht und so mehr macht bumm. Aber steht 222. Sieht das schon mal ganz gut aus. Ironischerweise, da Markus zu abwechseln, war nicht ein Kill gemacht. Aber ich habe dafür die Kills vorbereitet. Skorpion musste nur noch mal bei euch drauf. Kevin hab ich komplett. Was mich Kevin war bei mir komplett voll. Dann hätte ich ihn gegen die Wand gefeffert. Da war er ganz klein und bin ich nur drauf geholt. Was mich nur wundert ist, dass der Markus Ja, ich bin ja nicht schlecht mit denen hängen geblieben. Wenn er sich bei Autos hat. Ich sag mal so, dass was raus springt, das irritiert. Ich meine die Bomben. Nee, diese Wände. Da fährt irgendwann irgendwo Wände raus. Die Fallen, die du auch beim Rennen hast. Nur genau. Aber das ist cool. Das ist halt das Markenzeichen von Arena war. Das ist halt nicht ganz legal. Wobei, wo ich jetzt überlegen muss, wo ich das am anderen gespielt habe. Ich habe das eigentlich ganz schön genossen in der Arena. Das war nicht schlecht. Das war ein schönes Update. Wir können ja mal gucken, wieviel wir nächste Woche sind, das neue Update zu spielen. Das gibt ja noch online Update. Ab dem 5. Nee, also da muss ich auch nicht sagen, bin ich jetzt schon enttäuscht. Wir haben ja dann sehen, wieviel wir sind. Weil zu 5 wird bestimmt nichts. Ja, deswegen je nachdem. Also ich meine zu 5 wird nichts mit den Missionen dabei. Ich habe mir doch mal mitgegeben. Aua, Aua. Ja, aber ich mache den Rekord auch fast nichts mehr. Komm, dann kriegen wir noch. Dann haben wir gewonnen. Nee, Kevin. Nee, Kevin. Hat es nicht ganz schlecht gemacht. Das sind die Schildernierung. Der fährt nämlich ganz hoch zum Flugzeug. Nee, das stoppt doch. Wenn es oben bleibt, stoppt doch. Wenn es oben bleibt, stoppt doch. Andere Seite, Kevin. Ja, ich komme da lang. Ich gehe rüber. Das wäre doch gelacht, wenn wir das hier nicht schaffen hier. Ups. Jawoll. 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 Guter Kevin. Hast du dich da irgendwo regeneriert, Enrico? Oder hast du mich kurz wieder voll im Balken gehabt? Nee. Das ist hier. Das tut es immer mal ganz kurz anzeigen. Und auf einmal kommt dir das Neueste. Oh, guck mal hier. Ja, endlich. Ja, endlich. Ja, endlich mal der Dabels Gesicht. Ja, endlich mal der Dabels Gesicht spritzen. Mein Spiel hängt. Oh, herrlich. Gutes Spiel, Kevin. Oh, ich hätte vorher geheult. Hast du wie so ein Mädchen. Ach, alles. Mein Spiel hängt. Können Sie das ein, das gleich rausfliegen. Okay, dann müssen wir dich gleich nochmal einladen. Oh, ja. Oh, Markus, du hast du gut mit reingenommen. Ist ja auch toll. Ist ja auch top. Ja, war mal 6 mal. Hab ich gut bei dir reingenommen, ja. Ne, ne, ne. Na, meinerweise nehme ich dann mal was rein. Alter, es war jetzt mal ein Kompliment für dich. Alter, willst du den eben mal loben, dass du das Spielsteste mal richtig geil gestaltet gestaltet und dann sowas eine katastrophe warum hänge ich jetzt in dem scheiß laden tun wir alle also ich hänge hoch in der arena ich habe nur das bild von der explosion ich habe hier nur die arena war von oben sonst wie war eure woche so was machen wir da jetzt aber es ist anstrengend ich brauche jetzt in ohr arbeiten und muss alles sorgen mir war so kalt da hat es so spitzen nippel ja ich glaube jetzt hängen wir gerade alle fest ja also ich gucke immer noch die arena von oben gut ja wer gewonnen ist vergleichbar die play ist neu laden die runde ist ja dann quasi jetzt durch müssen ich weiß ob das nächste spiel geladen wird kann ich musste alles andere löschen davor ja ansonsten machen wir normalen modus guck mal was so geht man schafft wir sind die die juda missionen die gibt es ja auch nur zu zweit teilweise und dann haben wir mal ein paar missionen oder so zwischendurch die die die